Hallo, hier ist der Martin von MoneyMonkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 18.11.2024 und zum Freitag hat unser DAX sich viel gemacht, sich schon ein bisschen ausgeruht, seine Knochen geschont. Wir hatten darüber gesprochen, dass er aus der Situation heraus durchaus so eine 340, vielleicht doch sogar eine 420 erreichen kann. Dann hat er gesagt, für eine 420-Füllchen aber von Beginn an, also sportlich hier drüber drücken sehen, sollte er ein bisschen schwächer reinkommen, hat man gesagt, dass er dann sich im Bereich um 1.50, 1.20 wieder stabilisieren sollte, um dann eben noch eine 340 erreichen zu können. Wir haben eine Stabilisierung gesehen in der 1.50, 1.20 sozusagen positiv zu werten, auch wenn er jetzt oben, sag ich mal, nichts geschafft hat. Also, jetzt ist es kurz vor der 300 wieder weggedreht, dann nochmal aus der 1.50, 1.20 nochmal stabilisiert. Steht nun, keine Ahnung, wo sind wir vorher raus? Letzte Analyse 2.24 oder sowas, jetzt sind wir 2.37, also Tageskerze quasi grün, ein Stückchen über der gestrigen oder der vorherigen, klemmt immer noch am mittleren Band jetzt hier. Und ich denke, das könnte man zum Montag jetzt mal probieren, nach oben aufzuhebeln. Das heißt, ich würde ihm das jetzt zum Montag einfach nochmal mitgeben, was wir am Freitag hatten. Er hat jetzt hier halt einfach nichts geschafft, ja, hat das jetzt so, mehr oder weniger, dann einfach stehen lassen. Und können wir eigentlich die Analyse vom Freitag direkt so wieder verwerten und einfach nochmal mit in den Montag reinnehmen. Ja, also das heißt, das bleibt soweit gültig, drückt das jetzt hier drüber. Wir sind halt in der Range Mitte, ja, ich habe das am Freitag schon gesagt. Es ist halt so ein bisschen, naja, also wenn Schiebezonen entstehen, dann oft in so Bereichen. Das heißt jetzt aber nicht, dass der Montag hier jetzt damit weitermachen muss. Ich glaube schon, dass das reichen kann. Er müsste sich hier bloß klar und deutlich über eine 2.85 besser, vielleicht sogar über eine 300 zeigen. Gut, ob man dann auf eine 3.40 noch hintraden muss, das ist die Frage, aber man könnte dann Richtung 4.20 traden. Also das ist jetzt auch aus dem Stand so erreichbar. Eine 4.20, das kriegt er hin. 3.40 bleibt Widerstand, kommt auch hier ein kleidender Durchschnitt mit, der sollte man ein bisschen genauer hingucken. Und da würde ich fast eher sagen, aus dem Stehgreif raus, also direkt aus dem Stand raus, 2.40 hier. Ist eine 3.40 das nächste Ziel, bricht er sich dort nicht den Kopf und das Genick, kann er auch noch ein bisschen die 24 klosen und vielleicht sogar so 4.80 schon mal erreichen. Das wäre für den Montag, glaube ich, schon erstmal ein ganz gutes Programm. Ja, dann wäre er erstmal wieder auf Kurs. Ich glaube, wenn ich jetzt hier eine Trendlinie ziehen würde, über die hoch, sie würde auch so in dem Bereich landen. Ja, und dann könnte er versuchen, so irgendwie sowas in die Richtung hier oben anzusteuern für einen positiven Montag. Wichtig wäre mir dafür, dass wir eben nicht nur kurz nach dem Xetra-Start hochschieben, sondern dann auch über den Tag weiter, also auch nach dem Mittag noch neue Tageshochs und eben nicht bloß da kurze Xetra-Startspritze nach oben und dann wieder nach unten. Wenn wir sowas sehen und der fühlt sich hier eher nach unten, würde ich fast sagen, dass man dann unterhalb von 100, 19.100, vielleicht einplanen sollte, dass der sich nach unten ein bisschen abkleckern lässt. Ja, das nächste Station wäre 1950, ist ein Support, aber würde ich, glaube ich, jetzt dann nicht als Long nutzen wollen, weil ich denke, wenn wir aus der Konstellation jetzt hier wegbrechen, nach unten raus, dann kommt hier sogar nochmal ein neues Tief unter dem. Ja, weil die Tiefs sind hier alle fallend, dann wäre das auch bloß ein tieferes Hoch. Entschuldigung, ich habe gesagt, die Tiefs sind alle fallend, die Tiefs sind auch fallend, aber die Hochs sind alle hier, ja, das heißt, das wäre dann auch bloß ein tieferes Hoch. Und dann würde er tatsächlich hier unten so machen, Richtung die Ladine bei 18.700 abbrauchen. Und deswegen wäre ich unter 19.100 eher vorsichtig, ja, vielleicht sogar abwärtsorientiert, vielleicht sogar mit einem Short in der Idee. Ja, aber so aus der Situation heraus spreche ich nichts dagegen, jetzt hier erstmal nach oben zu drücken, ja. Sehen wir das, kann er 3.40 und 4.20 anschießen, gelingt das? Das glaube ich, dass er sich bis zum Abend dann hier oben auch, der wird bestimmt an 4.20 erstmal reagieren, ja, aber er wird sich dann später zum Abend nochmal ein bisschen höher ziehen, so 4.50, 4.80. Und dann Dienstag nochmal probieren, die 600 rauszunehmen, ja, für das positive Szenario. Negativ wäre aber wirklich unter 100 Abgang und, ja, wir sind in der Mitte, der Rangestrike, aber der hat so schöne Volatilität, also zu übertreiben würde ich es dann jetzt nicht wollen. Wir haben jetzt so einen Seitwärtsakt drinne gehabt, aber das würde jetzt nicht auf die Volatilität passen, wenn wir da jetzt noch einen dahinter kriegen. Also eigentlich müsste er dann jetzt schon ein bisschen reißen, ja, das würde sonst nicht passen. Okay, mehr kann ich hier gar nicht mitgeben, wird deswegen einfach auch zumachen, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss. Okay. Okay. Vielen Dank.